ja und somit herzlich willkommen zurück zu riders republic wir sind ja immer noch ein bisschen dabei hier die karte einfach mal ein bisschen aufzudecken und man sieht ja okay hier sind dann lauter so fragezeichen das mache ich dann vielleicht mal so im offscreen also ohne aufnahme wobei die stun sachen oder so die mache ich dann schon gerne mit euch aber wenn das jetzt einfach nur hier so ein sehenswürdig kaltes ding ist das ist es halt einfach nur da sieht man so ein bisschen die gegend ich weiß nicht ob ihr das so mega interessant findet ja letztes mal habe ich gesagt wie gesagt karte aufdecken aber nach möglichkeit vielleicht mal ein bisschen abwechslung schneegebiet zum beispiel ja okay ja schon wieder ein bisschen wald was haben wir denn hier schönes wintersport rennen abfahrts ski ja dann gehen wir doch da mal hin kann man ein bisschen was aufdecken kann man ein bisschen wieder im schnee spielen und ja oh je relativ dunkel hier und dann kann man ein bisschen schauen den einen hat sehr schnell hin so erreiche das ziel denn weniger als 45 alles klar überquere die ziellinie mit mindestens 89 km da müssen wir mal schauen wie schnell wir generell fahren lande ein backflip mit abfahrts ski ist was wir gucken aber das natürlich haben oder abfahrts ski okay habe ich jetzt eins hier mal fans setzt das ist aber das snowboard das sind so ski blades und ski blades holz weil sie davon die wert noch voll krass 529 und hier 150 also damit noch gar nicht viel gemacht aber wir machen nicht aus dem fans heraus ich würde mal pro glaube ich lassen weil standard ist eigentlich relativ einfach und wir kommen xp bonus okay im ladebike fangen die an rumzulabern aber im grunde im grunde keine ahnung wollte sie einfach aufhören währenddessen okay wir fahren somit 100 wenn wir so relativ zusammen sind weiß gar nicht mehr meine ziele was war es mit 89 ins ziel was war noch dabei ich weiß schon gar nicht mehr irgendwann ein backflip müssen wir machen okay wo machen wir backflip ist die frage weil wir jetzt hier relativ ganz normal nur fahren und nicht fliegen wenn wir gespannt ob irgendwo ein sprung kommt oder ob ich irgendwo abseits sein müsste okay hier war ein sprung aber moment mal kommen wir waren eigentlich immer auf einer strecke und jetzt sind wir so ein bisschen abseits können wir vorstellen dass sich hier so ein bisschen das ding geändert hat das heißt wir müssen auch irgendwo sprung kommen wir sind schon bei 65 prozent gleich aber der eine kleine sprung das war doch nichts oder ja was haben wir hier gewechselt sind wir wieder wie auf so einer rennstrecke okay haben wir hier einen sprung also wo soll ich da ein backflip schaffen brauche auch ein bisschen zeit um mich zu drehen das ist wohl das schwierige dabei weil man halt nicht so eine krasse alter ich wollte gerade hier den machen mit 90 bin ich glaube rein oder mit 89 und die zielzeit aber die backflip ich weiß nicht am ende war noch was aber da hat der sprung nicht ganz gerecht weil ich muss da schneller runterkommen ich weiß nicht so genau oder ich bekomme jetzt noch bessere ski so gibt neue ski ist auch die frage ob ich jetzt vielleicht auch mit anderen okay erinnert sich aber nichts toll tiefschnee weil die frage ist natürlich ob wir mit anderen sachen da noch besser runterkommen das weiß ich jetzt so genau gar nicht müssen wir hier mal einschauen hier ist zum beispiel auch ja nur fast okay so wie man hier die leute sieht werden wir vermutlich hier so runterfahren bei dem rennen das heißt das können wir nachher mal machen irgendwo war noch mal ein rennen hier war ein neues aber da habe ich schon alles soweit freigeschalten so wir gehen noch mal kurz in das event zurück ging ja auch relativ schnell die frage ist dass nur lande ein backflip mit abfahrts ski das heißt wir können theoretisch auch die anderen nehmen aber da waren das spezielle aber das sind die zählen halt wohl nicht als abfahrts ski wo soll ich das machen wir haben hier tempo 60 aber die sind theoretisch langsamer okay rein vom tempo ja klar ja luftdrehung und so ist natürlich besser hier ist die luftdrehung sehr schlecht das ist halt die frage kann natürlich sein wir machen jetzt einfach noch mal gekürztes rennen und dann werden wir vielleicht auch ganz easy vielleicht noch mal bessere ski bekommen wenn ich pech habe auch nur ein snowboard und ich gucke einfach mal wo wo wir am besten springen können vielleicht muss ich auch wirklich ein bisschen abseits von der strecke gehen das irgendwo ganz neben dran so ein fetter hier ist so ein fetter berg aber da komme ich ja nicht mehr durch den checkpoint durch das ist die große frage ob dann vielleicht irgendwo abseits was wäre oder halt in der passage wo wir nicht hier auf dieser rennstrecke sind was hier mit diesem komischen dino oder was ist sein soll los fährt immer an mir vorbei und dann wieder doch nicht aber wir können halt gar nicht so weit abseits fahren weil wie gesagt wir müssen ja durch die checkpoints durchkommen das irritiert mich so ein bisschen bei mir ist die frage hier jetzt gerade in der passage ob das überhaupt so normale abfahrts sind weil wir jetzt was gewechselt haben das ist auch die große frage so jetzt geht es hier wieder weiter oder halt wirklich am ganz am ende wir können hier springen eigentlich und wir müssen ja okay ich bin vielleicht bei dem bei dem letzten sprung zu spät abgesprungen das kann natürlich sein einmal hier ja es reicht halt nicht wir kommen ins ziel als erster noch sehr schön dass man auch ein bisschen hier xp und zu bekommen das ist natürlich ein bisschen mies ganz am ende der sprung irgendwie hat es auch nicht ganz gereicht ich weiß es nicht vor allem haben die luftdrehung sehr wenig und auf das funding sollte ich glaube nicht umsteigen so vielleicht wird es hier ein bisschen besser okay tempo wird besser luftdrehung nicht aber mit dem besseren tempo kann man natürlich auch ein bisschen weiter fliegen es ist natürlich auch vielleicht zu also natürlich auch sein kann oder ist groß event ist auch im grauen gebiet es kann natürlich jetzt auch sein dass ich jetzt halt mit dem hier blöd angefangen habe das heißt wir müssen ein paar events machen dass wir bessere ski bekommen dann können wir diesen backflip auch besser machen das scheint natürlich auch so eine sache dass ich halt einfach mit einem blöden event gestartet bin was haben wir denn hier erreiche die ziel ohne stürz ohne verpassen führe fünf neu tricks während des events aus ohne zurückspulen was ist neu erreiche die top 3 im schwierigkeitsgrad experte okay ich würde aber vielleicht einfach mal hier rüber gehen moment zieht das event hin es verschwindet immer wieder gibt es ja gar nicht erreichen das ziel weniger gewinne weniger als mit dem surfbrett fahren das haben wir zum beispiel auch nicht erreichen das ziel weniger als 2.10 ok hier gibt es zwei zeiten alle blick auf mich wenn ich über den asphalt geben mit meinen schien alles klar so legen wir hier los haben bessere ski bekommen 2.10 und 2.30 oh ganz alleine oder wie sind hier ganz allein durch den baum es kann jetzt natürlich sein dass wir da vielleicht ein paar versuche brauchen erstmal so ein bisschen die strecke kennenlernen guck hier geht das ganz gut hier können wir auch zum beispiel springen aber das ist jetzt halt ein anderes event so ich mache jetzt auch großartig keine tricks oder so weil ich natürlich die zeiten schaffen will ouch uha die landung war ein bisschen knapp das wird ja gar nicht mehr farbig da sind wir ja auch ein bisschen rausgekommen was war es 2.10 aber eigentlich passt es von der zeit oder da guck mal wenn man hier die anderen zeiten anschaut hier 1.4 und wir kommen auch ja wir kommen schon da auch ein bisschen ran platz 2 oder so oder 3 werden wir schon hier sogar platz 2 ok wieso waren wieso waren die zeiten so krass oben ein renn gegen moment mal hier irgendwas falsch gemacht ach so wir müssen zweimal jetzt sind auch die zeiten anders 2.8 2.11 oh jetzt wird es natürlich interessanter jetzt hat mich gerade gewundert hey ich habe das oben gar nicht gelesen mit äh dass wir hier verschiedene dass wir zwei läufe machen müssen es war schon ein bisschen seltsam so na dann bin ich mal gespannt ob wir den zweiten lauf ein bisschen besser hinbekommen jetzt sind wir ein bisschen weiter rausgekommen das ging jetzt einigermaßen hier war die landung jetzt auch gut weiß gar nicht hier soll ich über den kleinen oder über den großen oh come on ja weiß also guck mal wenn man hier hängen bleibt und dann wird man greenspawn genau an derselben stelle wo man gar nicht rauskommt das ist dann natürlich geil so oh man lauf 1 ja ok hier stand auch lauf 1 auf das habe ich gar nicht geachtet Leute auf das habe ich nicht geachtet vor allem sind die zeiten jetzt auch anders mal 1 6 1 6 1 9 und wir sind jetzt andere gegner da wow das war auch ein bisschen eng das haben wir auch hier gar nicht so geil gefahren ja ja da wird 2 10 glaube ich ein bisschen eng jetzt überlegst du schon mal die haben 1 6 wenn wir die zweite runde auch so fahren dann haben sie 2 12 alter wieso komme ich immer hier raus an der stelle man kann halt nicht zurückspulen also wenn dann müssen wir mega weit zurückspulen und dann lohnt sich das ganze auch nicht mehr ja ok 2 30 würde man dann vielleicht schon noch hinbekommen guck mal jetzt haben die Zeiten sich wieder geändert scheinbar lustig so eigentlich kann man hier links springen und dann kann man glaube ich gerade also links um den Stein rum kann man vielleicht doch noch ein bisschen Zeit sparen hier ein bisschen schön eng wow das war fast zu eng dass da immer so ein bisschen weit rausgedrückt wird so hier ein bisschen schon nach rechts dass wir nicht wieder in den Stein da reinkommen das war ja immer so eine Sache okay hui so da kommen wir guck mal 1 3 1 4 das heißt wenn wir das nochmal schaffen sind wir sogar Platz 1 dann müssen wir sogar mit 2 8 enden wenn wir jetzt gleich schnell sind wenn wir ein bisschen langsamer sind darf es halt nicht viel sein aber guck mal hier 2 11 2 12 die sind alle nicht in dieser 2 10er Zeit eigentlich hatte ich eine gute Zeit jetzt will ich aber natürlich das eine probieren dass wir da links springen ich weiß auch nicht ob das jetzt so gut ist aber eigentlich komme ich hier geradeaus oh voll vereist hier oh das ist nämlich am Tiefschnee oh ob das jetzt gut war geradeaus dafür langsamer weiß ich jetzt auch nicht oh bin ich mal gespannt ob ich jetzt da meine Zeit kaputt gemacht habe dadurch oder nicht oh je ah 15 Sekunden jetzt noch 10 oh das kann sehr eng werden oh 7 8 9 oh 9 6 ich habe es gesehen gewinnen weniger als 2 20 mit dem Surfbrett Fun ok das habe ich nicht das muss ich dann irgendwann mal später machen ok vor allem mich irritiert es dass hier auch keine Ausrüstung von den Leuten angezeigt wird aber nun gut ja I got the money oh fast hier 2 Stufen aufgestiegen aber leider noch fast ok diesmal ein Snowboard aber wir brauchen bei dem einen halt äh brauchen wir äh Schia aber na gut so neue Sachen ah vielleicht sogar im grauen Bereich ah ne wurde geht auch nicht im grauen dachte schon äh ja aber wir sind bald auch die nächste Stufe hier so schaut 126 Sterne 130 brauchen wir kann ich jetzt hier nicht reinschauen irgendwas passiert eigentlich immer naja ok doch nicht äh ja ok sammeln 5 Sternballons oh das ist auch immer ein bisschen blöd ja Experte gewinnen und führe ein Slide auf einem Baumstamm aus ohne zurückspulen Tiefschnee hier gibt es auch so verschiedene Abfahrtsski hier haben wir Tiefschnee und wir gehen hier hin lande mindestens einen Double Backflip Tiefschnee gewinne und sammle 5 Sterne ja das ist immer ein bisschen schwierig mit dem Ballons auf Experte im Zentrum von Teton findest du 500 Meter puren Fels bau genug Tempo auf und wähle den richtigen Weg für den Todessprung einer der spektakulärsten Todessprung so ok hier gibt es ok es tut automatisch Tiefschnee auswählen nimm mal direkt die Ski weil Snowboard ist schon ein bisschen schlechter und dann gehen wir aber noch für Experte hoch ich mein probieren wir es halt direkt ich weiß nicht ob das was wird so was ein Double Backflip brauche ich natürlich jetzt die große Frage wo wir das am besten machen können ouch oh come on wie hat denn der mich weg gehauen das ist ja mal mies wenn er einfach so weggeschleudert wird gar nicht nett da ist ein Weg Leute vor allem sind die Checkpoints auch relativ dünn ja klar kommst du ja fast nicht mehr hoch weil da schon so halb am Abhang war so komm jetzt wird es aber was geht man hier auf die Seite entweder bin ich immer links oder rechts vor allem springe ich jetzt hier so rüber die Frage wo mache ich den Double Backflip vielleicht hier ah ne ja nicht da komm ich ja gar nicht ok da musst du halt wirklich die Sprünge immer so gut platzieren ja hallo rückwärts fahren alles klar oh man was war das für ein komischer Start hier mit Absicht mal vorbei kann man ja den Schnellstart machen oder den schnellen Neustart was war das für ein Start gerade ich glaube ich habe zu früh nach links gelenkt oder wie dass er im Stand halt einfach direkt gedreht hat oh nein ok es kann natürlich sein ja klar ich bin jetzt noch relativ am Anfang gewesen dass äh dass irgendwo und Ballon dass irgendwo zum Beispiel hier der Double Backflip gut gewesen wäre oder halt irgendwo so eine richtig fette Schanze kommt oh man wenn man immer so fliegt ich bin immer noch erster gell da ist irgendwas rumgefahren Kollege geh mal weg hier einmal hier durch den Wald ah toll das reicht halt auch nicht oh ok hätte ich es jetzt nicht gedacht dass ich hier den Checkpoint noch schaffe hier wäre ein Stern gewesen wenn da dran steht wir müssen fünf na toll wenn wir fünf Ballons finden müssen denke ich mal es gibt auch nur fünf also wenn ich jetzt den einen verpasst habe kann ich es wohl schon vergessen oder würde ich jetzt mal so behaupten können wir mal schauen also wie gesagt zwei gesammelt drei habe ich jetzt gesehen wo ich den Backflip machen soll vielleicht da an der einen Stelle wo wir schon vorbei sind und einen weiteren Stern habe ich erstmal nicht gesehen Alter hier voll durch hier zum Beispiel noch mal einer oh Baum also die Sterne sind hier relativ easy den einen habe ich halt blöd verpasst aber jetzt nicht glaube ich jetzt nicht weil das schwierig war ich muss wirklich hier auf der Straße fahren äh Leute Kamera und so ich fahre jetzt einfach mal zu Ende mal ein bisschen die Strecke anschauen einmal hier durch sehr schön ah guck hier ist nochmal ein Stern ok naja es sind wirklich fünf also man darf keinen verpassen ist natürlich sehr interessant Lande ein Double Backflug habe ich nicht geschafft die Sterne müsste ich auch schaffen Experte ich habe einmal zurück gespult und jetzt war ich Platz zwei das heißt das könnten wir eigentlich auch schaffen würde ich jetzt mal so behaupten nach der Ehe von Ninja und so gibt es was tolles wow ein Snowboard ist aber schlechter als ich meine Ski oh nochmal ich bin doppelt aufgestiegen auch schlechter was ist denn das hier okidoki hier haben wir was Neues da haben wir was Neues ist gut da draußen der Red Bull Home Run steht vor der Tür aber vorher hast du bei den nächsten Events noch die Gelegenheit deine Ausrüstung aus du lässt es ja mal richtig krachen alter labert der mal voll durcheinander bevor du das nächste große Event in ein Griff nimmst und noch ein Tipp wenn du in den Bergen bist dann genieße jeden Moment denn manchmal ist der Spaß schneller vorbei als einem lieb ist so ist das eben so ok also Sterne sammeln Double Backflip und gewinnen so sieht der Plan aus wir sind nicht mehr sicher gewesen wo ich den Double Backflip am besten machen soll also hier war es ja noch nicht ouch hier kommt der Stern ein Stern hier wäre der hier wäre der Double Backflip gewesen denke ich jetzt mal ich fahre mal mit Absicht vorbei ok muss auch den Einsprung gut landen damit ich viel Speed bekommen da wo ich den Double Backflip machen möchte da wo der Stern ist ouch weg muss hier weiter nach ah guck mal das drückt immer so nach rechts hier richtig mies so Stern eingesammelt Double Backflip gemacht jetzt muss ich nur noch die anderen Sterne bekommen und gewinnen ich habe aber nochmal die Frage wo die waren ouch ich werde gleich überholt vor allem muss ich die Sterne bekommen den einen habe ich ja verpasst ok auch nicht hier auch einer und kann ich über zwei Rennen alle einsammeln ich bin unsicher vor allem weißt du ich sollte auch noch gewinnen muss ich den Double Backflip machen und gewinnen ich weiß es nicht mehr ansonsten würde ich die Sterne mal einsammeln und weiß nicht ob der Double ja der Double Backflip ist ja dann easy wenn ich weiß wo ich den machen muss mache ich das einfach so nach und nach alles oder ich werde noch Platz eins können wir mal schauen mein ich hole hier ein bisschen auf so nicht gegen den Baum fahren oh Stern ah shit bin ich nicht mehr hochgekommen ja Stern kann ich jetzt schon mal vergessen dann sollte ich aber jetzt auch gewinnen würde ich jetzt mal so behaupten ich bin hier die Straße entlang gefahren oh come on ah ok jetzt kann ich nochmal alles auf einmal machen oder wie bisschen ja ja man müsste ein bisschen wissen wo die Sterne sind also ich bin mir nicht immer ganz sicher wenn die Strecke ein bisschen auswendig kann dann kann man sich ein bisschen vorbereiten gerade bei den Sternen oh come on hier weiter links halten so dann hier den Double Backflip schon nice hier mit dem Sprung Alter okay wo gehst du hin Moment ich mache kurz eine Bruchlandung achso ich kann ja jederzeit zurückspulen blöde blöde Landung so so eigentlich so schwer ist das eigentlich gar nicht also rein so vom Gefühl her müsste es doch machbar sein so jetzt sind wir hier weiter schon links hier können wir eigentlich fast jetzt gerade fahren muss aber doch ein bisschen dagegen steuern so Alter Mann come on immer so'n Scheiß hier jetzt war der Start eigentlich so gut auch hier bis zu dem ersten Stern waren wir so gut dabei so hier links bleiben ich sehe schon kommen wenn ich hier nochmal vorbeifahren muss fahre ich zu weit links Autsch Alter gerade ein bisschen gedriftet oder gebremst ne der kommt doch schon wieder Kollege eigentlich wollte ich hier gerade außen rum fahren äh weiß nicht mit den Sprüngen da ist man dann natürlich ein bisschen mehr in der Luft oh come on scheiße Frage Moment gucke ich jetzt am Checkpoint vorbei? wollte schon sagen mit dem Sturz habe ich das noch so hinbekommen also noch mit Platz 1 immer hier 10.000 Versuche naja weißt du den Anfang kann ich jetzt so geil da bin ich jetzt so gut und dann hier wenn's jetzt hier in den Wald geht Alter, okay, nicht gegen den Baum Checkpoint erreicht So, hier einmal vorbei, sehr schön Alter, ich komme nicht an diesen blöden Stern Vor allem frage ich mich, welchen Checkpoint habe ich jetzt verpasst vorher bei dem einen Versuch So, den Stern brauche ich jetzt nicht holen Ich kriege ja eh nicht alle Das heißt, wir müssen Platz 1 werden Den Double Backflip haben wir gemacht Ich glaube, den Double Backflip war in Verbindung mit Gewinn Zwei Sekunden Sieht einmal ganz gut aus Oh, so viele Bäume hier Der Stern ist ja eigentlich auch relativ easy So sieht es zum Beispiel mal aus Weil ich an den Legends auch vorbei bin So, dann Jetzt hier gerade durch Oder auch nicht Oh, ui Gerade noch so gefangen Immer noch vorne, gut Ist hier nicht noch ein Stern, glaube Ah, come on Gib Gas Hier ist der Stern Nein, der hat es glaube ich hingehauen, gell Alter, sonst hätte ich ja nicht gewonnen Huh Das war schon ein bisschen eng Moment mal, die Sterne Hab ich die Sterne alle bekommen? Ach, das ist ja mal nice Ich dachte Oder kann man sie wirklich auf zwei Rennen einsammeln? Ich hatte doch nie alle Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt Aber ich bedanke mich für's Einschalten Wir sehen uns dann beim nächsten Part Hoffentlich wieder Bis dahin, wieder schauen und Reingehauen Wir sehen uns dann beim nächsten Schritt